Heute am Präsentationsstand die Schule an der Weser. Hier bin ich am Stand der Schule von der Weser, bitteschön. Ich heiße hier. Nörgel. Und was gibt es hier bei euch zu kaufen? Habt ihr das selbst eingemacht? Ja. Wir haben Schneemann gemacht. Gebastelt, ja. Und wir haben Hänge gemacht. Und wie verkauft er hier jetzt? Ja, ich geh da gleich mal rum. Nikolaus. Den hole ich mal nah ran hier. Der ist aber schön geworden. Ist der Mann? Nee, nee, danke. Eine Eule. Kommt da gleich mal lang. Wunderbar. Da wünsche ich euch hier viel Erfolg und weiterhin viel Spaß hier auf dem Weihnachtsmarkt. Holz finden. Holz finden. Das könnte im Internet bei der aktuellen Kamera.de veröffentlicht werden. Ja? Ja. Guckt da mal rein. Und wir haben noch mal eine Lesemaus. Ah. Warte mal, die gucken wir uns genauer an. Eine Lesemaus. Ich danke euch. Danke euch. Groß ist die Auswahl auf meinem Stand der Schule an der Weser. Und eine Preisliste gibt es auch, damit man weiß, was alles kostet. F içeriski. 딱 15,000. axelor.